Wir haben ein paar kleine Tipps zu dem Thema Maßeinheiten. Wir haben uns mal einen Strich gemacht, der sei mal 1 Meter lang. Ein anderer Ausdruck dafür sei, das Ding ist auch 10 Dezimeter lang oder ich sage dazu, das sind 100 Zentimeter oder das sind 1000 Millimeter. Da ich immer wieder mitgekriegt habe, dass es da kleine Schwierigkeiten gibt, müssen wir hier mal ganz kurz uns ein paar Erinnerungen schaffen. Dezi. Das Dezimalsystem heißt, das ist das Zehnersystem. Warum? Arbeiten wir mit dem Zehnersystem, weil wir 10 Finger haben. Zehnersystem. Eine andere Sache, wisst ihr wahrscheinlich aus der Geschichte, der Dezember war früher der 10. Monat. Der 10. Monat war der Dezember. Da aber Weihnachten und der ganze Kram immer wieder durcheinander kam, haben sie noch zwei Monate den Julius und den Augustus dazugefügt und dann ging das einigermaßen. Dann blieb Weihnachten wirklich im Winter. Centi. Wie kann man sich das merken? Das allerbeste Beispiel ist, ein Euro oder ein Dollar ist 100 Cent. Das ist die allerbeste Gedankenstütze. Der Cent ist also der hundertste Teil. 100 Cent ist ein Euro. 100. Ich sage es mal extra so. Zentimeter ist ein Meter. Das Meter hier, das bleibt unangetastet. Das steht bloß immer dabei. Aber die Vorsilbe, die sagt uns, was es ist. So, weiter. Milli. Wer das mag, der sagt, Millionen. Millionen sieht so aus. Das ist 1000 mal 1000. Hier. 1000 mal 1000. Schreiben wir aber als eine Million so. Drei Nullen und nochmal drei Nullen. Wem es anders gefällt, wer sagt, ich merke mir das auf Italienisch, Mille Grazie heißt 1000 Dank. Oder wer sich die Gangster-Sprache merken möchte, der sagt, Alter, gib mir mal eine Mille. Und meinte der in dem Film, gib mir mal einen Tausender. Also Mille ist gleich 1000. Das muss man sich merken, sonst kommt man mit Zentimeter, Dezimeter und so weiter durcheinander. Das bis dahin. Jetzt gibt es eine Frage. Also geht es dann nur bis 100 und noch bis 1000 Promille? Theoretisch ja, aber das kann man nicht machen. 1000 Promille, dann wäre sein Blut reiner Alkohol. Klar, natürlich. 0,3% sind 3 Promille doch. 0,3 Hundertstel sind 3 Tausendstel. Ah ja, gut. Danke. Jetzt haben wir unsere Diskussion mit dabei. Schön. So, jetzt ist noch eine andere Geschichte. Danke für die Hinweis. Ich habe mal früher einen alten Trick gelernt. Beispiel, ich schreibe mal ein M wie Meter. Das geht auch mit anderen Einheiten. Dann schreibe ich DM, CM und MM. Was dahinter steckt, können wir schon ahnen. Jetzt folgendes Beispiel. Es sagt jemand, ich möchte was umwandeln. Und zwar, 4 Meter ist gleich wie viel Zentimeter? Dann gibt es den Trick zu sagen, ich schreibe hier die 4, die einer Zahl des Meters hin und fülle jetzt ganz einfach bloß auf, bis ich bei Zentimetern angekommen bin. Und dann hätte ich in diesem Fall 4 Meter sind 400 Zentimeter. Will ich, nehmen wir ein anderes Beispiel, 0,3, nee, machen wir das erstmal mit, ohne Komma, machen wir erstmal ohne Komma. 3 Zentimeter sind wie viel Meter? Dann sage ich, die 3, das ist die eine Stelle, die schreibe ich hier rein. Und jetzt fülle ich nach vorne auf mit Nullen, bis ich beim Meter angekommen bin. Und sage, ich möchte aber ganze Meter haben, also muss ich hier ein Komma setzen. Das sind 0,03 Meter. Anderes Beispiel, ich sage, 0,17 Dezimeter sind wie viel Meter? Dann sage ich 0,17. Ah, dann muss ich, hier ist die eine Stelle, dahinter kommen Zehntel und Hundertstel. Dann schreibe ich hier rein. 0,17. Ich möchte aber Meter, also muss ich hier vorne auffüllen. Kann ich also sagen, wenn ich es in Meter haben möchte, es sind 0,017 Meter und so weiter. Also, wem diese Tabelle gefällt, der mag das ruhig damit mal ausprobieren. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die 3 Zentimeter nehme und sage, wie viel Millimeter sind denn das? Das mache ich jetzt mal in grün, damit es besser auffällt. Oder in hellblau. Dann gehe ich zu Millimetern, mal noch eine Null rein und sage, es sind 30 Millimeter. Habe ich die 4 Meter in Millimeter, okay, dann sind das 4.000. Will ich bloß wissen, wie viel Dezimeter das sind, sage ich, das sind 40. Hier wären die 40 und so weiter und so fort. Man kann also mit der Tabelle zum Üben, kann man ganz gut hinkommen, aber ich empfehle grundsätzlich mit solchen Merkhilfen, Dezimalsystem, Zehnersystem, Dezember, wie auch immer. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Worte und das ist eines der besten, 100 Cent sind 100 kleine Teile eines Ganzen, deswegen Zentimeter und wie man das macht, Promille oder Mille, Mille als Tausender, Million, tausend mal tausend, das ist mir letztendlich egal, aber so muss man sich rantasten und dann geht es einigermaßen. Das ist zum Üben da. Ich mache das Video an der Stelle jetzt dicht. Ich mache das Video an der Stelle jetzt nicht.